warte 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 nicht schießen keine bewegung warte 1 2 3 müssen noch zwei blöcke runter tatsächlich du bist tatsächlich noch zwei blöcke runter zwei blöcke runter noch zwei blöcke runter genau das hatten hintergedanken warum ich das so mache das zeige ich ja dann noch alles das heißt ich muss auf der höhe mich lang graben ich mache gerade die treppenstufe für die redstone schaltung die so nach unten kommen also und habe mich gerade auf die höhe von acht gegraben hallo also hier werden wir von acht was ja das sind acht blöcke von ganz oben wo die kabel so ja genau acht genau das ist dann der boden das ist dann die fertige bodenhöhe hier weiter runter geht es dann nicht mehr also kann sein dass irgendwo wir mal noch runter rutschen aber das sind dann schon spezielle sachen wo wir dann noch runter bauen das gibt dann auch nicht dass wir den ganzen boden noch mal runter ziehen das auf keinen fall was wir allerdings machen da brauchst du noch kein redstone verlegen ich will nämlich noch den ganzen boden noch raus rupfen und dann anderen rein machen ok hier ist eisen aber ich sehe so wenig wackel das ist ja keiner aber ich glaube mir einfach eine von dir einmal mit profis spielen ach ja du gräbst das hier eh aus von daher ja ich heb das hier komplett aus das wird ein ganzes stückchen arbeit werden aber eine weitere spitzhacke kann ich im moment nicht enchanten da ich nur acht erfahrungslevel habe da komme ich nicht sehr weit mit was für ein boden möchtest du denn hier verlegen das gibt einen gemischten boden da kommen mehrere sachen hin das ding ist ja auch dass man dann komplett die redstone schaltung sieht und wenn das hier so eigentlich so eine art gebäude werden soll nein die redstone schaltung wird man nachher nicht mehr sehen das habe ich mir schon überlegt die redstone schaltung wird nachher komplett verschwinden was hat auch ein bisschen den hinter gedanken wenn wir die komplette verdrehtung fertig haben haben irgendwo probleme mit endermann oder sonst irgendwas oder graben uns versehentlich irgendwo rein dass wir uns nicht sofort die komplette anlage hier fluten das heißt alles was dann mit wasser verlaufen würde jetzt mal rein theoretisch wäre egal weil dann nichts kaputt kennen kann so werde ich das kommt hier jetzt mal langsam dachte drehen ist so langsam mal hier sein so genau das gibt dann die fertige höhe jetzt nur das heißen ja lol also das war jetzt nicht ein bisschen ich hatte jetzt mal ausnahmsweise keine links naja bei mir warst du etwa hier in den steinen drinnen und da sind die blöbel weggeploppt die blöbel weggeploppt ist auch gut das heißt du musst jetzt die nächste linie ziehen für die nächste treppe wir brauchen ja ganz viele redstone treppen brauchst du doch gar nicht ja eine reicht ja nicht ne du brauchst gar keine treppen das meine ich ja die ganze zeit du brauchst ja gar keine treppen machen ich mach das doch hier komplett noch alles raus das kommt doch alles auf dieser höhe hier das willst du alles auf die höhe machen ja ja das komplette ding hier auf die höhe das heißt auch die hier kolben sind auf der höhe genau da möchtest du aber einiges nach oben schieben ja na gut hat ja alles seinen hintergrund warum ich das so machen will naja dann grab ich das schon mal auf die höhe so 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 Alles hier im Weg Unglaublich So Da lang Das ist jetzt hier fertige Höhe Da geht es schon selbst nicht mehr durch hier Ja, merkst du mal was? Ne? So Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, wo das Ding ist Wo das Feld Auffört und anfängt und so Und das grabe ich jetzt hier Nach und nach frei, dass man das sieht Also das ist nicht das Problem Okay, hier kommt Nochmal Erde hin Tak, tak, so Ich will nämlich auch Die ganzen Steine hier unter den Feldern Alles weg haben, dass die Felder Wirklich komplett aus Erde sind So Okay Ich will nicht gerade, womit ich das markiere Ich glaube, ich setze so ein Eichenholz-Ding Ach ne, ich will gar nicht Wo das anfängt mit den Kabel Ja, und da Mit den Kolben, ne? Konntest du machen, ja Ja, damit wir das wissen Weil halt hier müsste dann ein Kolben sein Der Holzblock ist ein Kolben Mhm Der Holzblock ist ein Kolben, auch gut So, jetzt muss ich gerade mal gucken Äh Ich muss gerade nochmal zurück zur Hütte Ich nehme mich gerade mal was kicken Ob das vielleicht so geht Zip, 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 zip Das Remerion kostet ja 31 Level Muss man doch eben Wie noch zusammenpressen können Hm Muss halt ein paar mehr Sachen backen Ne, ich hab ne andere Idee, was ich noch machen könnte Oh Warum backt das hier so dermaßen? Eins, zwei, drei Jetzt kann ich die Hunde wieder nicht hinsetzen Zwei Das kann ja nicht wahr sein Fünf, sechs, sieben, acht Spawn die mir jetzt nach Ja, natürlich Warum backt das mit der Animal-Mod so? Ist rassistisch Ja, natürlich, Standard Die hat was gegen dich, weil du ein Block bist Und was für ein Level kann man Glück enchanten? Weißt du nicht, ne? Nö Warum frag ich auch Ich kann bauen Ich kann auf gut Glück irgendwas enchanten, aber Ne, ich hab ja ne Mod drin, wo man das lesen kann, was man enchanten kann Also was für ein Enchantment dann draufkommt Dann frag die doch Haltbarkeit, Effizienz Mal hier auspacken Huch, ich hab nochmal nen ganzen Stack hier, ach du liebe Zeit Äh, da Zwei, drei, vier, fünf, sechs Na komm So, Level 9 So, ich markiere gerade die Stellen, wo die Kolben hinkommen Okay, mach Naja, warte mal Mach ich jetzt weiter Sieht total lustig aus mit den Holzblöcken Ach, ich will keine Effizienz Geht Glück erst so hoch, dass man das erst so spät machen kann Doch, Bullshitty Dann müssen wir aber die Redstone-Schaltung nicht mit der Treppe nach unten machen Damit sie sich nicht automatisch mit allen verbindet, sondern ne Brücke bauen Ja, das geht auch Gut, dann bauen wir halt keine Tiefgarage, sondern ne Brücke Oh mein Gott Ja, da ist ein Loch Haltbarkeit, eins, Effizienz, zwei Kommen wir mal so rum So Die packen wir mal wieder ein Oh, hier ist Eisen Ja, nimm mit So Hier ist Kohle Lass liegen Nimm ich mit Ups Das kriegst du Das sind ja noch ein paar Zwei hab ich und du kriegst mindestens 5, 6, 7 Ne, ich schau dir mit der Behutsamkeitshacke raus Dann können wir die später nämlich alles schön mit einer Glückhacke auseinandernehmen Dann haben wir mal stackweise Kohle extra Und ich meine, es ist ja nicht gecheatet oder so Man hat ja die Möglichkeit, die Spitzhacken mit Glück zu enchanten Also warum soll man es nicht nutzen? Ja, eben Wäre ja blöd Ja, und wie gesagt, es ist ja nicht gecheatet Das Spiel gibt es ja her Ohne Mods, ohne alles Von daher Warum nicht? So, das können wir wieder zubauen Ich überlege gerade, was ich hier gerade für ein Chat gemacht habe Komplett Ich war gerade so begeistert von der Schaufel Dass ich mal eben den Boden weggekramen hab, den ich gar nicht wegkramen wollte Soll vorkommen Ja Aber mit dem Profisisch mal gucken Okay Kohle Wo da? Ach da Und in dem Eingang ist auch Kohle drin Mhm Bei Blöcke In dem einen ersten Gang Aber siehst du, was ich meine? Hier überall diese Holzblöcke Ja Sieht ja lustig aus Nö Warum hast du denn hier eine Schelle gemacht? Guck mal, hier ist noch Eisen drin Ja, das habe ich nicht übersehen Weil ich keine Fackeln hätte Faul ausreden hier Ich wollte nicht, dass die Leute die Dunkelheit angucken müssen Du hast dich doch aber hier durchgegraben Da war es doch genauso dunkel Ja, aber wenn ich da noch so nach Sachen suche, dauert das ja länger und so Weißt du? Um keine Ausrede verlegen Allerdings Hier oben ist noch mehr Kohle Das sind sogar mindestens drei Ja, okay Ja, ein bisschen bringt die Effizienz Hacker schon was Ich meine, wir haben ja jetzt Diamanten Muss man jetzt nicht rumgeizen Ich benutze die dann halt bloß ungern Wenn sie nicht verzaubert sind Weil, ähm Durch die Enchantments kannst du halt doch wesentlich Länger und effizienter dann auch nutzen Ach, da hinten Ich komme mir vor wie so eine Rohstoff-Hure hier Alles nur am hinterher einsammeln Weißt du, der Freier steht vorne, dann nimm das mit schlappe Ja, das ist irgendwie so Sollte, glaube ich, kein Borderlands spielen Irgendwie so total den Asozialen raus hier So, ich geh mal vorne weitergraben Ja, ja, jetzt bin ich hinterher gesprungen Äh, boah, jetzt müssen wir alles noch raushacken Yes, das ist doch Ja, weißt du, was du brauchst dafür? Eine Holz-Spitzhacke Wenn du jetzt eine Holz-Spitzhacke crafters Geht, fliegst du in dein Formsurfer Ich schwör's dir Ne, ich hab Eisen, also Ja, ich hab auch noch einen halben Stack dabei Also von daher Aber so eine mit Effizienz So eine Diamant-Spitzhacke wäre schon cool Wenn das so schnell gehen würde wie bei Dirt Hab ich eine gemacht, ja, genau Weil an den Steinen klopfst du dich hier Sonst dumm und dämlich Ich hab mal jetzt eine für neun Erfahrungslevel gemacht Höher komm ich im Moment nicht Ich hab eins Muss ich nichts zu sagen, oder? Weißt du eigentlich, was für Shit du hier vorhast? Ja Weißt du, worauf du dich eingelassen hast? Ja Ganz eiskalt Ja Ähm Ähm, ähm Abgelehnt, grundsätzlich Ich überleg' gerade Kann man das nicht? Das wird verdammt viel Sand Und weiter Man kann auch Kies nehmen Ich weiß nicht, ich mag Sand mehr Ist hübscher Okay 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 So, da läuft kein Wasser Lang Genau So, ich versuche hier kann man die ganzen Abgrenzungen auszuheben Hier, dass ich weiß, bis wohin die Felder und alles Ich werde mit dem Haus Mal Nee